Einzudringen. Also, klappe zu und Augen auf. Jetzt wieder Höhlen-Minschatz. Sieht so gut aus. Haben wir noch? Haben wir. Das hat bestimmt jetzt auch... Ne, das ist ja eine Höhle, die ist ja gut isoliert. Das hört ja keiner, wenn wir so einen Blödsinn machen. Das heilt bestimmt nicht. Nicht die Gänge oder so. Mh-mh. Treten? Treten. Dem Ding hast du es aber gezeigt. Kein Geschehen. Du hast Walshepretter getreten. Du bist super. Ich mag es. Ich mag das Zusammenspielen mit den beiden. Der Haupttunnel? Davon gehe ich aus. Das sind überall Wachen. Warum sind es keine Schlafen? Oh, oh, oh. War der schlecht. Sie sind nämlich wach. Deswegen sind es Wachen. Sie würden sich schlafen. In der Zeit. Es ist wieder soweit. Irgendwann nennt ich null Uhr Spaß. Ab jetzt könnten wir etwas mehr zu tun haben. Nur noch... Nur noch den Schüssel. Ich wollte mal ein Feuerbeinahme werfen. Ja. Hauptmann war hier der, der geblockt hat, ne? Boah, 70er Kombo. eine dritte nicht mitbekommen denn was wäre ich jetzt der schaden krieg das gar nicht mit da fliegt so viel durch die gegen gerade war dann sagt dabei ich glaube das ist die chance von der ich vorhin gesprochen habe haben wir denn hier habt ihr firma euch verirrt ihr seid höchstens noch fischfutter wenn mein mörser euch zermalmt du solltest kein mörser in einer höhle benutzen stopfen wir ihm das maul knapp vorbei so leise knapp vorbei aua Hallo, ich habe Eiffel dabei. Ich regeneriere mich dann zwar, aber ich bin nicht unbesiegt. Jetzt ist er erst gebrochen. Ich dachte, ich bin schon verdammt. Du sollst sterben! Nein, danke. Ist er. Scheiße. Er ist akassisch. Das heißt was? Ein Mitleid. Du wirst auch keins bekommen, nichts mehr in ihm außer Wut und Hass. Erlösen wir ihn. Das ist genau das Richtige. Erlösen. 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 Was heißt Akasisch? Was ist das für ein Zustand? ja jetzt dreimal ja 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 hm ja 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 hey fast alle meine heiltrenge verbraucht was ein frecher sack ist mein face immer wieder aus feuer haben habe ich nicht gelernt kein schöner anblick akasisch oder nicht das war ein mensch ertrunken im äther so ein tod verdient niemand kommt die kanone mitnehmen bitte wachdienst hier kommt einem todesurteil gleich aber was kümmert das den kaiser das bedeutet dieses akasisch geil fahren wir fahrstuhl lasse den segen eure lungen füllen ein dominus zu sein hat auch seine vorteile das ist eine äther flucht das ist gar nicht gut oder was ist mit den schürfern hier unten letztes mal gab es die noch nicht aber wir sollten uns wohl sputen uns kann der äther nichts anhaben alle anderen können das aber nicht von sich behaupten die werden von dem äther dann verzehrt oder was dann drehen durch heiltränke gesucht heiltränke überall magie in der luft ja hat er nicht so gut verkraftet er macht ein nickerchen er ruht sich nur kurz aus oh ok das passiert mit denen die schürfe die wachen sind verloren der äther hat ihren verstand geraubt wir können sie nur noch von ihrem leid erlösen isabel vermutet dass der kaiser oriflame aufgeben will ist das der grund warte du darfst sie isabel nennen nein was von zu hause vertreiben kann dann sicher eine äther flut jetzt verstehe ich die wachen am tor die sollten nicht den weg hinein versperren sondern keine akastischen raus lassen aber fand ich schön dass es sich gestört hat dass wir sie isabel nennen dürfen sei doch ein knackiger junger mann ich so wie im echt knackig und jünger muss lang vorbei ja ja damals das brücke kaputt ist nicht so weit los ja 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 ich bin Danke, sie ist positiv. Mit mir verirrt ihr euch nicht. Hier ist sehr viel Kristall. Und die wurden halt abgetragen und dann eigentlich an die Bewohner verteilt, um mit diesen Kristallen Magie zu wirken. Aber das wurde dann anscheinend irgendwann gelassen. Schlachtruf. Einige Gegner benutzen die Fähigkeit Schlachtruf, um ihre eigenen Angriffskraft zu erhöhen. Achte auf das Symbol Angriff hoch. Das war's. Das war's, weil ich da wieder nicht so gut geklappt. Ich halte nicht mehr lange durch. Jetzt hatten wir die Irrscht-Fähigkeit, um uns ein bisschen zu heilen. Hat gut funktioniert. Das war's. Das ist so ein bisschen. Und guck mal, sogar einen Heiltrank bekommen. Geld. Voll viel Geld. Ich gebe mir wieder keine Karte. Was ist das in beiden Richtungen, Loot? Ich bin so verwirrt. Hier ist mehr Loot. Geben wir erst mal hier. Und hier ist eine Sackkasse. Sehr schön. Nonne Heiltrank. Die haben hier wohl so lange an den Kristallen abgebaut, bis irgendwann das ganze Äther da ausgesifft ist. Die Leute befallen hat und krank gemacht hat. Und dann scheint es auch so dann entstanden, dass quasi dadurch die Fäule ausgebrochen ist und den Land quasi die Fruchtbarkeit genommen hat und alles abgestorben ist, was fort war. Durch den Äther in der Erde. Der quasi Lebensenergie entzogen hat. Was soll das denn jetzt hier? Cool. Ein Flächeangriff, wo ich es nicht leere. ja 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 die frech nur weil ich ein bisschen gelootet habe sind ja einfach gegner gekommen sie sind diese gewichte da damit das höher ist damit die gleise nicht beschädigt werden oder jemanden richtig großes gerät in der hand damit den sein blüppel vor den letzten halt alter schwede das scheppert dann aber also kümmern wir uns ja von die anderen ja 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 da passiert so viel in animation das ist gar nicht so wie ich dazu komme ja sie sehen gar nicht an ausreichend kann und wann nicht ja 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 knapp vorbei ja ja da ja jetzt hat es geklappt und zu packen ja 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 war es ein klopper mehr bremder zum treten ist dunkel hier sehr dunkel korall schwert limitrausch können wir auch verbessern das ist die feuerrahmen von ilfrid das könnte noch ganz nice sein das ihr licht würde ich aber den anderen zauber hier verlieren ein feuerschwall oder den anderen die feuerschwall würde weg andere macht so viel schaden oder und das heilt mich sogar die zwei feuer zauber provozieren magie kombo ist jetzt eher so meh ich finde eigentlich die beiden ganz gut also ich würde jetzt den krallen tanzen lassen und den hier noch dazunehmen die großen fähigkeiten die großen fähigkeiten ich könnte auch aha aber nur die schwinge kann ich da unten benutzen macht das dann irgendwas da raus wenn ich wenn ich die lohnschwinge mit gruder benutze trotzdem der phoenix flügel wir vorstellen können dass es dann anders ist auch hier ist schon cool wie ich sehe haben sie die holztür durch was stabileres ersetzt coole animation und grüttel rücker auf 3 was man jetzt treten das war schlechtes heimisch was ist mit zwei fragt die eins was ist mit zwei fragt die eins wir haben unsere lampe wieder angemacht er war gut die beiden sind so gut zusammen nach so laune das macht halt gut der mutterkristall ist gleich davon ist er das ich sehe überhaupt nichts naja solange ihn niemand bewegt hat so auch die kommunikation zwischen den charakteren in so games ist einfach so wichtig oh wie ausgestorben irgendwas voll böses ist hier das ist unglaublich diese größe dort der weg führt ins heiligtum ist ja immer noch nicht zugemauert ganz schönes armut zeugnis warte das heißt hier habe ich damals mit bahamut fang gespielt leider auf kosten dieses beachtlichen bauwerks eine selbstverteidigung aber wie hast du es hier raus geschafft bin gelaufen probier es mal der fahrt der götten der fahrt der götten das ist gerade sehr laut geworden in der haupt musik ja die wäne film umso epischer es wird umso ok ok großer angriff großer cooldown das war ja leibling warum sind die kreaturen vom phoenix tour auch hier in den minen besteht zwischen beiden orten eine verbindung der brücke nette brücke es ist so finster und teilweise so schön das spiel in dieser brutalen und nahtlosen welt und 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 Das war's. Das war's. Ich hab den Licht dazwischen gar nicht gesehen. Okay, der Licht hat mich halb getötet. Das war's. 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 Die Kämpfe sind inzwischen knackiger geworden. Rotnackig. Rotnackig, wie ich damals alles mal war. Ja, ja. Als ich noch in der Armee war, haben die am Kristalltor stationierten Soldaten oft von einem Wächter erzählt. So einen hab ich hier letztes Mal nicht gesehen. Hab's aber natürlich auch nicht so weit geschafft. Seien wir einfach vorsichtig. Wenn wir jetzt einen Heildrang kriegen, dann ist hier ein Wächter. Ja, ja. Auf der anderen Seite noch ein Heildrang. Hallo? Nee. Hö? Auch nicht. Wo kam das her? Ja. Ja. Dreimal darfst du raten. Arm ist hier. Noch ein Opfer der Flut. Gut. Er will's drauf anlegen. Bereit, Clive? Immer. Wieder eine Wahl? Na reine Werscha okei? Na reine Werscha. Aua. Aua. Hnh. Puff. Helfe mir. Hnh-hnh. Dräuna. Dräuna. Dial polar. Hnh. 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 Ja! 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 Schlammen erwacht! Das ist ein... Ja! Du weißt, was du holst! Los! Gut gemacht, Zorgai. Wo ist der jetzt hin? Kleif, pass auf! Fang, Wind! Fang, Wind! Leg dich hin, Drache! Leg dich hin! A, kein Φauss! Guck, ne? Guck, sind wir hier? Guck, jetzt? Hanf! Hör! 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 Ah, ich wurde weg. Sollang ist er. Das war's für heute. Geh! Ja! Knapp vorbei! Knapp vorbei! Ab der Hälfte des Kampfes hatte ich dann auch wieder die Kampfmuster raus. Boah. Armer Drachie. Alles in Ordnung? Ja. Zum Kern ist es nicht mehr weit. Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äther-Sumpf schicken. Hm? 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 Hm. Ja. 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 Oh. Oh, jetzt. Wir stehen hinter dir, Sid. Worauf warten wir dann noch? Ich nicht, ich lach vor. Aha. Ich lach. Ich lach. Ich lach. Ich lach. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meins also. Danke, Clive, aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden. Er holt den Opa raus. Ja, ist Ramu. Schon besser, na dann. Schon besser, na dann. Clive, sieh doch. Was ist das? Ich schaff's nicht, nicht ohne Ifrit. Wer ist das? Komm zu mir. Ich kann das nicht ohne dich. was ist das? Nicht. Schon wieder. Wo steckst du? Vektor! Das ist nicht Drachenkopf. Wer oder was ist das? Ich war schon mal hier. Tifon. Du, du wieder! Wo steckst du? Was willst du? Was? Er lebt noch! Aber in was für einer komischen Zwischenwelt sind wir wieder. Ja. raus aus meinem kopf lass mich in ruhe ich verschwinde ob du es willst oder nicht da wo die ersten erleben vielleicht bei den flammen die runde haben wir uns entschieden das kann er denn noch so langsam ja ja der angriff das war's ich hab auch neuen angriff gelehrt obwohl man gesagt wie ich bin gewohnheitstier Ich habe Dokumi-News bekommen vorhin. Kann ich senden. Und da habe ich festgestellt, dass meine Art so viel zu klauselig ist. Und da habe ich mich. Ich habe mich. Diese Macht gehört nicht dir. Dafür sollst du brennen. Ich weiß es wieder, ich bin Feuer, ich bin Eifrit. Es ist so strong, alles. Kämpfe erneut als Eifrit, die Steuerung für Eifrit ist gefolgt. Drücke 3 nach einer Feuer-Kombo.